So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal RamsesderDicke. Bevor wir mit dem Infovideo starten, möchte ich euch mal kurz in meinen Kopf reingucken lassen. Mal kurz meine Gedanken mit euch teilen, die ich habe beim Aufnehmen dieses Videos. Gestern Abend 22 Uhr kam Wrestling. Ich habe Wrestling geschaut. Und kurz nach 22 Uhr sind die News online gekommen zum Käfer-Krabbel-Event. Und ich habe es in der Vergangenheit immer so gemacht. Sobald Werbung war, habe ich mich hingesetzt, habe das Infovideo aufgenommen, habe das rausgehauen, sodass es 22.30 Uhr online war. Und gestern dachte ich, ach man, jetzt guckst du Wrestling, schon wieder News, mitten im Wrestling. Heute machst du es mal anders. Heute wartest du, heute guckst du Wrestling, du hast morgen noch kein Video für 15 Uhr, wolltest was über die Safari-Zone machen oder über das Abschluss-Event. Aber hey, die Käfer-Krabbelei ist jetzt da. Mach das Video über die Käfer-Krabbelei, bring es morgen 15 Uhr. Ist ja egal. Der Schilling macht seine Videos ja immer so 18 Uhr. Das wird schon so passen, ne. Du bist ja eigentlich eh immer so fix dabei. Und selbst wenn ich das 22.30 Uhr immer rausgehauen habe, haben die Leute sich komplett Topic-mäßig auf das Event konzentriert. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand dann geschrieben hat, wow, wie schnell der Ramses immer ist und wie schnell der uns da versorgt mit Infos oder sonst wie hin und her. Ja, und da merkt ihr schon, da spricht der blange Neid. Denn was ist diesmal passiert? Diesmal habe ich kein Video abends gemacht, sondern denke, ich habe Zeit tagsüber. Da haut der Schilling um 7 Uhr plötzlich sein Video raus. Um 7 Uhr. Um 7. Und 1000 Kommentare und alle, wow, der hat die Nacht durchgemacht. Danke, dass du uns so schnell versorgst. Schilling ist immer der schnellste sonst was. Und ich sitze da und fühle mich wie ein begossener Pudel. Aber es hätte ja nichts geändert. Selbst wenn ich es 22.30 Uhr gemacht hätte, es hätten ja trotzdem die Leute nicht gesehen. Der hat natürlich mehr Zuschauer, also mehr Leute, die auch mehr kommentieren, wo auch mehr solche Kommentare auftreten. Und hier, ihr redet nicht darum, wie schnell ein Video online ist oder nicht. Ihr befasst euch mit dem Video und das passt ja. Gibt außerdem also keinen Grund, irgendwie sich benachteiligt vorzukommen. Aber irgendwie macht sich in meinem Kopf immer irgendein Konkurrenzkampf breit, total unnötig. Ich kann das nicht ausstellen. Aber ich bin halt eben ein Mensch und keine Maschine. Und deswegen habe ich trotzdem Gefühle und sowas wie Neid oder sonst was ist da auch irgendwo dabei. Ich habe natürlich das Schilling-Video jetzt auch geguckt. Das sah natürlich wieder mal wunderbar aus und ist kein Vergleich zu dem, dass ich hier einfach diesen Zettel vorlese. Das aber nur mal ganz kurz, damit ihr mal in meine Gedankenwelt eintretet, dass ihr immer da sitzt und immer macht und euch dann eigentlich ärgert, dass ihr schon fünf Videos an dem Tag gemacht habt und noch ein sechstes dahinter quetscht, was sich total widerstrebt. Ihr aber dann im Prinzip der Erste seid. Dieses Erste euch eigentlich nichts bringt, weil es euch alles irgendwie durcheinander bringt. Ihr dann mal gemütlich an die Sache rangeht und dann aber wieder bereut, irgendwo bereut ihr es, dass ihr es nicht doch dann abends noch gemacht habt. Und da passt das wieder. Egal wie man es macht, man macht es immer verkehrt. Jetzt aber die Käferkrabbelei. Ein Event mit Mega-Sherox und einem neuen Pokémon-Debüt. Es stand ja schon fest, dass die Käferkrabbelei kommt. Bestes Event. Da gibt es nämlich Raupi. Und der Mega-Boss, haben schon alle gesagt, ja was würde passen, was würde passen. Mega-Sherox. Und ihr hattet recht, jeder der Mega-Sherox gesagt hatte, hatte recht. Mega-Sherox ist der neue Raid-Boss, der neue Fünfer-Raid-Boss. Und es gibt ein Pokémon-Debüt von Mabula. Mabula, was sich zu Akub entwickelt, was sich zu Donarion entwickelt. Für 25 Bonbons kann man Mabula zu Akub entwickeln und dann mit 100 Bonbons, aber in der Nähe eines Magnetmoduls kann man Akub zu Donarion entwickeln. Ist also wieder eine spezielle Entwicklung, wie eben auch bei Magnetzone. Kannst du ja auch nur dann kriegen, wenn du an einem Magnetmodul entwickelst. Hier jetzt also mit Donarion aus Akub auch. Man fängt das Ganze an am Mittwoch, den 10. August. Schreibt euch das auf. Bis zu diesem Tag ist also Palkia noch in den Raids. Mittwoch, 10. August, 10 Uhr. Bis Dienstag, 16. August, 20 Uhr. So lang läuft das Event. Bis dahin ist auch Palkia also noch da bis zum Mittwoch. Dann habt ihr ja wieder diesen Wechsel. 10 Uhr, 11 Uhr. Ab 10 Uhr können die neuen Eier erscheinen. Ab 11 Uhr sonst was. Wir müssen also nächste Woche Mittwoch eigentlich einen Community-Raid machen. Dann mit Genesect was reinkommt. Wir können also am Dienstag theoretisch nochmal Raids für Zuschauer machen mit Palkia. Ich weiß nicht, ob das noch nötig ist, wie sehr noch Palkia gebraucht wird. Und dann eine Woche, Mittwoch bis Dienstag, die Käferkrabbelei. Und da wird auf jeden Fall am Donnerstag Mega-Sherox-Raids für Zuschauer stattfinden im Event. Das werden wir einmal machen, dass alle da drauf gehen. Ihr braucht mittlerweile ja glaube ich nur noch einen einzigen Mega-Raid machen. Dann kriegt ihr sowieso über 200 Mega-Energie und könnt das schon entwickeln. Es ist nicht mehr nötig, drei Stück zu machen, um den einmal zu entwickeln. Es reicht einer, um ihn zu entwickeln. Also, da könnt ihr euch bei Niantic mal bedanken. Mega-Sherox schwirrt herbei. Mega-Sherox gibt sein Debüt und kann natürlich auch Shiny sein. Es gibt bisher noch keinen Mega-Raid-Boss, der bisher drin war, der nicht Shiny sein konnte. Deswegen sage ich immer zu den Leuten, macht keine Desboda-Raids. Desboda aus dem Dreier kann nicht Shiny sein. Wenn Mega-Desboda drin ist, kann es Shiny sein. Dann könnt ihr nicht nur die Mega-Energie sammeln und auf gute IV hoffen. Ihr könnt auch ein Shiny daraus ziehen, was ihr bei einem normalen Desboda-Raid eben nicht habt. So, das aber nur dazu. Ist genau wie Flunkkiefer und sonst was. Aber gut, Flunkkiefer kann Shiny sein. Die Leute haben Raids gemacht wegen dem Shiny. Hätte man warten können bis zum Mega-Raid, Mega-Flunkkiefer mit Shiny und aber auch Mega-Energie und allem drum und dran. Also fragt nicht. Es wird auch dort im Titel dann stehen, Shiny Mega-Sherox Raids für Zuschauer am Donnerstag. So ist jetzt mein Plan, weil der eben Shiny sein kann. Eine krabbelige Sammler-Herausforderung. Es wird wieder eine Sammler-Herausforderung geben, wo man wieder noch ein paar Items bekommt. 15.000 EP, sonst was hin und her. Boni für Gruppen, das ist jetzt mal ganz interessant. Wenn ihr, wenn drei oder mehr Trainer vor Ort an einem Raid-Kampf teilnehmen, den man sicherlich gewinnen muss, erscheinen in einem 300 Meter Radius um die Arena herum für 15 Minuten noch mehr wilde Käfer-Pokémon einer bestimmten Art. Das Pokémon ändert sich aber pro Tag, am ersten Tag am Mittwoch. Also ihr müsst einen Raid vor Ort machen und es müssen mindestens drei Spieler diesen Raid machen. Und wenn die den Raid zu dritt machen, erscheinen für 15 Minuten dann am Mittwoch, am 10. August, Waumpel im Umkreis von 300 Meter um diese Arena herum. Ganz vermehrt Waumpel. Am 11. August wird es Raupi sein, am 12. August Weberrack, am 13. August Toxipet, am 14. August Zirpurze, am 15. August Horniyu und am 16. August Ladybar. Alle diese Pokémon können Shiny sein. Wer also noch einen Käfer davon unbedingt als Shiny braucht, nutzt das. Nutzt das Käfer-Event allgemein oder wenn ihr eh einen Raid macht mit eurer Truppe, wenn ihr sagt, wir machen unseren täglichen Raid-Pass weg für Genesect. Wir treffen uns zu dritt an der Kirche, machen Genesect-Raid und ihr könnt 15 Minuten lang dann Raupi farmen um diese Kirche herum. Im Umkreis von 300 Meter. Das ist auf jeden Fall genial. Da fällt auch auf, Toxipet ist das einzige Pokémon, was hier steht, was bisher noch nicht als Shiny verfügbar war und durch das Event jetzt als Shiny eingeführt wird. Event Boni, ihr erhaltet doppelt so viele EP, wenn ihr Pokémon mit einem guten, großartigen oder fabelhaften Wurf fangt. War doppelt so viel, sind die verrückt. Da rastest du ja wieder aus, wenn du einfach fabelhaft triffst, ja. Überraschende Begegnungen, bitte lächeln, wenn ihr während des Käfer-Krabelei-Events einen Schnappschuss macht. Könnt ihr überraschend einen Käfer-Pokémon vorbeischwören. Vielleicht ein Ninja-Tom oder ein sonst was. Also könnte ich mir vorstellen, dass das wieder rauskommt zum Käfer-Event aus dem Schnappschuss. Wilde Pokémon, also was könnt ihr in der Wildnis überhaupt anfinden, selbst wenn ihr jetzt keinen Raid macht. Raupi, Hornio, Ladybar, Weberrak, Yanma, Waumpel, Zirpurze, Toxiped, Laukaps, Schnuthelm. Die können alle Shiny sein. Und was nicht Shiny sein kann, ist Geweyer, Watzapf, Mabula, das neue Pokémon und Araqua, was zu dieser dicken, fetten, großen Spinne wird. Mabula, also sehr interessant, da vielleicht einen 100er mitzunehmen, gleich auf Level 50 zu pushen. Mal gucken, wie es weitergeht. Mit etwas Glück begegnet ihr auch Tan-Sapion-Scorer-Litom-Miff. Was sind eure Highlights hier dabei? Meins müsste natürlich Raupi sein. Raupi, bestes Pokémon. Aber für alle anderen. Hondiyu, wer noch ein gutes Bebop braucht für eine Mega-Entwicklung oder um da noch ein bisschen Energie mitzunehmen, zu sammeln. Die Tauschentwicklungen vielleicht. Schnuthelm und Laukaps sind beim weltweiten Go-Fest eingeführt worden als Shinies. Wer da noch keins bekommen hat, hätte jetzt da auch die Chance auf Schnuthelm und Laukaps. Ansonsten Doxibet wegen dem Shiny neu. Aber so richtig starke, krasse, heftige Pokémon sehe ich an der Stelle jetzt eigentlich nicht. Ich bin aber auch eher Raid-Player statt GBL-Zocker. Raid-Kämpfe, Stufe 1, Paras, Tansawa, Zapf. Braucht wahrscheinlich keiner. Stufe 3, Omot, Pinsia, Vostelga, Potrot. Braucht vielleicht keiner, obwohl Pinsia eigentlich noch ganz cool ist. Raids der Stufe 5, dann Genesect mit dem Gefriermodul. Kann aber auch nicht Shiny sein. Müssen wir gleich nochmal dazu sagen, kann nicht Shiny sein. Und Mega-Raids natürlich Mega-Sherox. Ich glaube, die Leute werden wahrscheinlich mehr Mega-Sherox-Raids machen als Genesect. Weil sie vor allem zum Beispiel das Shiny noch haben wollen von Genesect, aber eben Genesect nicht unbedingt brauchen. Das wohl nur ein Pokédex-Eintrag dann. Auch bei diesem Event würde es so sein, dass es eine verbesserte Version gibt, weil ja das Go-Fest in Sapporo noch ist, dann am Wochenende. Und je nachdem, wie man da abschneidet und was da gefangen... Ne, da geht es um Feldforschungsaufgaben, glaube ich, diesmal. Dass so und so viele Feldforschungsaufgaben gelöst werden müssen. Und dann gibt es eine verbesserte Version dieses Events. Veggie-Mug wird ja als Shiny eingeführt in Sapporo. Und wird wahrscheinlich dann auch bei diesem Event vermehrt mit auftreten und auch als Shiny verfügbar sein, wenn wir die Herausforderungen alle schaffen. Und das Icognito-Buchstabe-T dürfte dann auch in Raids auftreten. Also hier müsste dann noch Veggie-Mug und Icognito dazukommen, wenn wir die verbesserte Version freischalten. Ansonsten Pokémon bei Feldforschungen habt ihr fast alles drin, was bei den Wilden auch rumrennt. Und hier ist noch Schalocco und Panikon. Ninkara als Shiny ist eigentlich auch ein recht seltenes Shiny. Könnt ihr auch nochmal entwickeln. Wenn ihr noch kein Ninkara-Shiny habt, wäre das also vielleicht eine gute Option. Die ganzen Burmys sind dabei. Was ich vor allem sehe als Highlight, war Dribie. Wadribie, Wadribie, Wadribie. Und dann merkt ihr wieder, eigentlich müsst ihr kein Go-Fest spielen, ihr verpasst nichts. Denkt dran, jetzt war Seattle Go-Fest. Es gab das Sodamag. Das Sodamag ist im letzten Event aber dann überall gesbawnt, vermehrt gesbawnt weltweit und konnte Shiny sein. Also wenn man beim Go-Fest nicht war, konnte man es im Event trotzdem bekommen. Es gab dann das Icognito in die Raids. Man hätte das auch mitnehmen können. Jetzt Wadribie. Wadribie ist das zweite, was in Seattle eigentlich als Shiny eingeführt wurde und ist bei diesem Event jetzt in Feldforschungen häufiger vertreten. Kann Shiny sein. Also auch das könnt ihr jetzt bekommen. Auch da habt ihr jetzt die Chance, das mitzunehmen. Ihr braucht also unbedingt kein Go-Fest in irgendwelchen Städten ganz weit weg. Wenn es bei euch in der Nähe ist oder in Europa, dann ist das ja noch okay. Du musst nicht unbedingt nach Seattle fahren. Du kriegst die Sachen danach auch so. Selbst Mosquito. Es ist ja jetzt schon angekündigt für das Abschluss-Event im August, Ende August, dass man alle vier Ultra-Bestien, die bis jetzt dann im Spiel waren, also die mit Sapporo noch eingeschlossen, dass man auch die dann dort bekommen kann. Du musst also nicht nach Seattle für ein Mosquito und dann wieder nach Hause. Du kannst sie jetzt auch so bekommen weltweit bei diesem Abschluss-Event. Und irgendwann werden die ja sicherlich auch nochmal irgendwie in bestimmte Ultra-Raids vielleicht reingepackt, dass ihr die raiden könnt oder ein Hunderter machen könnt. Irgendwann werden die auch als Shinies eingeführt. Nur ein bisschen Geduld. Macht euch nicht kaputt. Ihr müsst nicht alles immer sofort haben. Das kriegt man auch nach der Zeit hinterhergeworfen. Je mehr einem noch fehlt, desto besser findet man die Events, weil man sagen kann, man hat fünf verschiedene Ziele, die man erreichen kann, als dass man sich nur auf eins konzentriert, weil man nur das eine braucht. Besser, ihr braucht mehr, als dass ihr weniger braucht. Da habt ihr auch noch mehr, wo ihr auch belohnt werden könnt. Ansonsten, ja, stabiles Event, würde ich sagen. Vielleicht jetzt nicht das krasseste, aber neues Pokémon erstmal da zum Sammeln und Entwickeln. Das macht immer Spaß. Männlich, weiblich und natürlich auch Lucky-Eintrag muss her. Mega-Sherox bringt ein bisschen frischen Wind rein. Raupi ist der Boss-Toxy-Pet-Shiny da. Aber was sind eure Favoriten, auf was freut ihr euch am meisten in dem Event? Schreibt es mal in die Kommentare. Sonst würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Tut, tut. Hehehe.